Sashiburidana meine freunde in diesem kurzen knackigen clip öffne ich meine zweite wundertüte und einen weiteren 86 plus player pick und jetzt seht ihr gleich was ich daraus gezogen habe und ob was gutes dabei war spaß so wie ihr sehen können sieht man jetzt hier das team das ich abgegeben habe in die player pick spc also ich finde da war jetzt nichts großartig dabei was man irgendwie behalten sollte und ich meine dafür sind die roten player fix gut dass man eben auch mal upgrade packs macht die 86 plus picks gefallen mir eigentlich auch und ich habe mich dann auch entschieden 3 pack zu machen hab dann dementsprechend mein bildschirm kurz ausgemacht kurz weg geguckt und dann ging es los erster pick ja im sommer ich habe gerade den 87er abgegeben zweiter pick kommt sofort jesus namens 86 und der letzte juhu dreimal 86 noch ein lk gnu an dazu es war mal wieder ein super player pick hat sich mega mäßig gelohnt und dann kommen wir jetzt noch zu meiner wundertüte meine zweite aus der ersten habe ich mal zum mls numbers abgezogen dann dachte ich mir kommen jetzt habe ich bisschen mehr packlack rule breaker frankreich stürmer und so gefühlt der schlechteste den man so ziehen kann ich war komplett gebrochen aber mai so ist es eben die packs sind dafür da das bisschen laune machen und genau